Ich kann gar nichts mehr machen gerade. Na, habt ihr ein Glück. Na toll, sieht nur toll aus, aber machen kann man damit nicht viel. Hilft mir überhaupt nichts, ach tu schon wieder, ich werde gleich ohnmächtig werden, wir müssen nach Hause zurück. Das war ein Regenwurm, der Rassel im Wasser, nein, was war denn das Geräusch, was war das denn? Ihhh. Ah, kein Verband mehr. Das wird sich entzünden. Wir müssen nach Hause. Das wird sich ganz übel entzünden. Ich brauche Verbände. Schon länger. Aber jetzt brauche ich sie wirklich dringend. Das ist nicht cool. Das ist gar nicht cool. Wo ich doch immer so ein Problem habe, diese Pflanzen zu finden. Da ist eine. Das ist sie doch. Die brauche ich. Okay, ähm, herstellen. Blattverband. Ah, unbekannte Kräuter herstellen. Blattverband. Unbekannte Kräuter herstellen. Funkienverband. Funkienverband. Ich weiß nicht, wofür der jetzt gut ist. Aber den werden wir uns jetzt da mal drum legen. Kann so schlecht nicht sein. Find ich nichts Neues eingefangen. Ab zurück hier. Dass ich, dass ich überhaupt mal so ein Verbandding sehe. Beim Verband umlegen ohnmächtig geworden. Das ist, wie das denn beim Aufstellen direkt auch wieder umgekippt. Das muss man erst mal hinkriegen. Das muss man erst mal mitmachen. Unbekannte Kräuter herstellen. Aber das muss man hier nicht. Das ist ein Verband. Das muss man hier versuchen. Jetzt mal ganz ehrlich, ich habe eh eine Idee, wo ich hin muss. Wenn man sowas wie einen Kompass gehabt hätte. Ja, ich weiß, dass es einen Kompass in der Uhr gibt, Rieke. Deshalb habe ich das doch eben gerade gesagt und gezeigt gleichzeitig. Die Botschaft dazwischen hast du nicht verstanden, was? Das weiß ich doch. Ja, wie doof. Ah, Mann. Stein, Stock, Steinachst. Das sieht nicht gut aus für mich. Ich habe mich total verlaufen. Ich habe mich total verlaufen. Okay, es bringt so nichts. Wir müssen schlafen. Irgendwie müssen wir schlafen, sonst wird das hier nichts mehr. Äh, auch wieder unangenehm. Ach, man kann ja in diesem Stil so schwierig Gegenstände irgendwo hinlegen. Warum sie da noch nicht mal nachgebessert haben, ist mir allerdings auch ein Wetzel Palmenblatt. Gib mir, gib mir Palmen. Achso, hier ist ja eine. Das wird ja lustig hier. Ich hoffe, dass eine Palme reicht. Ich glaube es ja nicht richtig. Oh, doch. Okay, direkt schlafen. Komm, bevor wir wieder umkippen. Boah, war das knapp. Meine Güte. Konntest ja nichts machen dann, ne? Also langer Ausflug. Oh, nichts eingefangen. Schwein gehabt. So, wir müssen was essen, bevor es schlecht wird. Na, klasse. Sammeln. Was kriegen wir denn da raus? Ich habe mir das rohe Klapperschlangenfleisch. Das ist nur noch eine Stunde. Essen. Essen. Die Nuss bringt Fett, das ist gut. Die Larve essen wir mal nicht und wir essen diesen unbekannten Pilz. Was? Passt. Wir brauchen Fleisch. Ne, komm. Das bringt so nichts. Wir machen uns jetzt hier ein Lagerfeuer eben und hoffen einfach mal, dass wir... hier ähm... Ne, mach weg da. Ne, mach weg da. Warum? Ja gut, dann stehe ich es da rein halt. Okay, ähm, ich hoffe ich habe noch, ähm, ich hoffe ich habe noch, ähm, erweitern, benutzen. Irgendwo hatte ich doch hier, wo ist es denn, an der Seite? Wo waren denn die drei zusätzlichen... Sammeln? Passt, ähm. Warum hat das jetzt nicht funktioniert? Hä? Hier ist doch was kaputt gegangen. Warum hat das nicht funktioniert? Es ist kaputt gegangen, das Zeug. Nein! Oh Mann, sowas Doofes. Ach, wie blöd. Beim Feuer herstellen ist es mir kaputt gegangen. Und dann sind meine Kräuter natürlich auch weg. Ach, wie ärgerlich. Okay. Ich bin mal wieder im Garten zugegangen, ja? Irgendwas pirscht sich da vorne durch die... Ja, dann versuchen wir jetzt zurückzukommen. Machen wir eine neue Schlange. Immerhin etwas. Stocker brauchen wir ein neuer. Vielleicht können wir uns an irgendetwas erinnern. Bin ich denn hier entlang gekommen? Also, das nehmen wir hier nicht. Okay. Was war denn das für ein fieses Geräusch? Das hat mir gar nicht gefallen, das Geräusch. Habt ihr es auch gehört? Äh, Tabakverband. Wir machen es mal jedenfalls. So, die zwei haben wir. Ähm, Tabakverband. Ähm, Tabakverband. Ähm, die Feder. Herstellen. Wie konnte man sich denn nochmal zwei Federn und einen kleinen Stock oder so, ne? Und, ne, das war's. Dann machen wir das auch mal. Zwei Federn, kleiner Stock. Handelsong, hi. Okay. Du hast nicht. Dann machen wir das So haben wir was anderes draus gemacht Ich will erstmal wieder dahin finden Wo die Typen waren Ich bin dieser Straße relativ lange gefolgt Ich habe mich total verlaufen Ich habe mich total verlaufen Ich habe überhaupt keinen Schimmer wo ich bin Hat jemand von euch noch eine Ahnung wo ich bin? Wo sind die Klapperschlange? Ich sehe sie nicht Wo ist die Klapperschlange? Die war noch hier Wow Die ist mal gut versteckt Krass Die waren nicht zu sehen Ich habe das Gefühl hier war ich irgendwann schon mal Hier war ich doch Irgendwann mal Das Also da ist dieses Lager von denen Oder was auch immer das war Da habe ich mich so ein bisschen an vorbeigeschlichen Und da bin ich einfach von da gekommen Ja Wir finden nach Hause Und wir werden nur einmal ohnmächtig Glaube ich Ich würde so gerne laufen Aber das kann ich mir jetzt nicht erlauben Ich bin doch hier jetzt einmal richtig fett im Kreis gelaufen Oder Seht ihr das anders? Die Frage ist ja Muss ich diesen Weg runter Oder muss ich nicht runter? Wo muss ich jetzt hier hin? Diese Straße rauf Die Straße muss ich wieder ein bisschen runter Hier war ich doch eben auch Ich bin doch jetzt einmal genau im Kreis gelaufen Wie weit soll ich denn diesen Weg jetzt folgen hier? Ich bin doch Da war ich doch eben gerade Eben gerade war ich doch hier Komm ich mal hier mal losen Da geht es zum Strand Ich weiß es nicht Ich will nach Hause kommen Moment Ja alles klar Oh da ist eine Höhle Ne ne wir gehen jetzt erstmal nach Hause Hier ist unser Zuhause Hier an diesem Stein Ich war doch hier eben ganz in der Nähe schon Oder nicht Ich war doch hier eben schon ganz in der Nähe Ja Mir egal Ich will die jetzt Ich will den haben Ich sollte mir Bestand fackeln Oder sowas hier aufstellen Ich weiß auch nicht Wow Okay Das muss auch ohne gehen Wir machen uns jetzt was zu essen Lagerfeuerasche Kohle Neues Lagerfeuer aufstellen Das verbraucht sich ja anscheinend immer Ich glaube man könnte auch ein anderes herstellen So ein Steinkreis oder sowas Aber Steinring Gucken ob ich genug habe Ne hab ich nicht Sammeln Wir müssen uns beeilen Wir müssen was essen Stock So Ach das muss ich erst noch herstellen Wie mache ich das denn Käfigfalle Steinfalle Schlingfalle Feuer Lagerfeuer Das fällt auch unter Werkzeug Oder sowas Wegen Trinken noch keine Einträge Tools Handbohrer Ja Buchlesen macht müde ist ideal zum einschlafen Einfach mal ein Buch lesen Müsste er ja nicht allmählich immun werden wie ich dir widmen müsse Und wenn man nicht frech hier Stammesfeuer Zwei Stöcker Zwei Seile Alles klar Haben wir doch Ich brauche Stöcker Also Herstellen So gesehen müsste ich immun gegen Tode sein Man weiß doch wer solche Mods hat Der braucht keine Fahne Aber irgendwie haben wir ihn ja doch lieb Ja es ist Feuer Das ist so klasse dass man dann zu müde ist um so ein Feuer fertig zu machen Es ist schon echt link Er ist das Essen Klapperschlangenfleisch roh Klapperschlangenfleisch roh Oh nein Das ist jetzt verdorben Oh nicht schon wieder sowas Funkienverband Tabakverband Was ist denn jetzt besser Ich nehme mal einen Funkienverband Der wird auch helfen glaube ich Ich weiß auch umgestanden nicht welcher Verband für was jetzt gut ist Gekocht Gekocht Neues Fleisch rein Und kann man die Fruchte Bärmbratend Probieren wir gleich mal Ob wir die machen können Sammeln Essen Die Nuss Gebratene Nuss Oh ne Oh meine Banane ist grün geworden Also sie ist schon wieder grün geworden So Ich habe Feuer gemacht Genau Gekocht Gekocht So Was bringt mir diese gekochte Nuss jetzt Und kann ich die auch kochen Warum bewege ich mich jetzt langsam nach hinten Zieht die das auch Bitte ich mir das ein Oder ich bitte mir das nicht ein Okay Jetzt hört es auf Die Nuss kann ich gar nicht Braten Gucken wir die Larvenbraten Ah Cool Das müssen wir ausprobieren Oh Verdammt Mann die ist doch gekocht Toll Minus zwei geistige Gesundheit Vorsicht Da ist eine Bananenspinne Im Bluse auf So Wie lange hält das jetzt ein Tag Die sind gleich weg Hier Dann essen wir die Frucht Jetzt mal so Aha Also Coolhydrate sind wir eigentlich voll Das ist Ich bräuchte eigentlich was anderes Ja Wir brauchen das Fett hier Geht nicht anders Auch wenn wir mal Kohlenhydrate voll sind Ne Das bringt mir auch nichts Dann essen wir das nochmal Wir essen das Das behalten wir mal Und Das hält ja noch ein bisschen Naja So lange hält es nicht Wenn wir jetzt gleich Da haben wir jetzt keine Zeit für Oh Stimmt Wo kommt der denn her So Dann können wir doch nochmal eben kurz Das Toll Das ist so lange War der bestimmt noch nicht tot Der war bestimmt noch gut Wenigstens wenn man es kocht Verstehe ich gar nicht Andere machen sie auch tote Schweine in der Pfanne Und essen das danach Das ist ja total unrealistisch das Spiel Was wie Nein ich gehe nicht fremd Inwiefern denn Das sieht jetzt so schlecht gar nicht aus Lass uns mal schlafen bis zum Morgen Dann speichern wir einmal Oh 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 Oh